Nach einem Autounfall, Ermittlungen wegen Mordversuchs. Aktivisten lassen Luft aus Dutzenden Autos in Niederösterreich. Die deutschen Bauern wüten gegen die Regierung. Tausende E-Cards werden heute gesperrt. Außerdem so überstehen sie den traurigsten Tag des Jahres. Schönen guten Abend. Ja, das und mehr sehen Sie bei den heutigen Kronenews am Montag, den 15. Januar. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, ein PKW-Unfall auf der Tiroler Inntal-Autobahn in der Nacht auf Samstag mit zwei Leichtverletzten. hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes zufolge. Ein 29-Jähriger war mit seinem 36-jährigen Bruder als Beifahrer unterwegs gewesen. Der nunmehrige Verdacht, der Lenker führte den Unfall absichtlich herbei. Nach einem Autounfall in der Nacht auf Samstag im Tiroler Unterland steht ein 29-Jähriger Lenker nun im Zentrum von Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Laut den Ermittlern dürfte der Verdächtige versucht haben, seinen Bruder und sich selbst zu töten. Der Einheimische sitzt mittlerweile in Haft. Der 29-Jährige und dessen Bruder waren in der Nacht auf Samstag gegen 1.45 Uhr auf der A12 Inntal-Autobahn von Kufstein kommend, als es zu dem augenscheinlichen Unfall kam. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Lenker mit dem PKW auf der Fahrbahn im Bereich Kramsach-Münster in Schleudern und kam schließlich nach dem Straßengraben im Böschungsbereich neben der Autobahn zum Stillstand, berichtete die Polizei noch am Wochenende. Der Lenker war zum Unfallzeitpunkt betrunken. Am Montag gab dann die Polizei bekannt, dass im Zuge der Ermittlungen der Verdacht steht, dass der Verkehrsunfall vom 29-jährigen Lenker vorsätzlich herbeigeführt worden sein dürfte. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck sei gegen den Lenker ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes eingeleitet worden. Der Beschuldigte wurde nach der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamtes Tirol am Sonntag über Anordnung der Justiz ins Innsbrucker Gefängnis überstellt. Sowohl der Verdächtige als auch dessen Bruder erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden. In Wiener Neustadt starteten Klimaaktivisten in der Nacht auf Montag bzw. Montagfrüh eine Protestaktion. Mitglieder einer Gruppe, die sich die Reifenauslasser nennen, ließen aus Reifen zahlreiche Autos die Luft aus und hinterließen auf den Windschundscheiben der Autos noch eine Botschaft. Die Aufregung in den sozialen Medien war Montagfrüh groß. Menschen aus Wiener Neustadt berichteten, dass die Luft aus den Reifen ihrer Autos, vor allem SUVs, gelassen worden ist. Bekannt dazu hat sich die internationale Aktivistengruppe Tire Extinguishers, versetzt Reifenlöscher. Ihren Angaben zufolge sollen 80 Autos betroffen sein, die Polizei spricht von mindestens 20 Fahrzeugen, die Ermittlungen laufen. Auf der Windschutzscheibe der betroffenen Autos hinterließ die Bewegung ein Schreiben. Ihr Spritfresser ist tödlich und ihr Auto ist eine Katastrophe für unser Klima, ist darauf unter anderem zu lesen. Auf X schrieb die Bewegung, dass 80 SUVs entwaffnet worden sind. Es sei zudem die erste Aktion in Wiener Neustadt gewesen. In Österreich habe schon mehrere solche Proteste gegeben. In der über 47.000 Mitglieder zählenden Facebook-Gruppe Wiener Neustadt klagen etliche Betroffene ihr Leid. Eine Frau berichtet, dass auch bei ihrem Elektro-SUV die Luft aus den Reifen gelassen wurde. Den Gruppenmitgliedern zufolge gab es Vorfälle in mehreren Stadtvierteln. Der Unmut gegen die Aktivisten ist dementsprechend groß. Lauter Idioten ist noch einer der harmloseren Kommentare. Allerdings wird auch die Aktion hinterfragt, wenn etwa ein Wiener Neustädter schreibt, lustig, dass der Großteil der Betroffenen jemanden von ABÖ oder ÖMTC kommen lassen muss, die jetzt den ganzen Tag mit LKW durch die Gegend fahren. Tire Extinguishers ist eine internationale Aktivistengruppe. Sie ist nach eigenen Angaben dezentral organisiert und verfügt über keine Hierarchie. Ihr Ziel ist es, den Besitz eines großen umweltschädlichen Geländewagens in den städtischen Gebieten der Welt unmöglich zu machen, wie sie auf ihrer Webseite schreiben. Denn diese großen Autos seien eine Katastrophe für unsere Gesundheit, unsere öffentliche Sicherheit und unser Klima. Auf der Seite finden sich ebenfalls Hinweise, wie SUVs zu erkennen sind und eine Anleitung dafür, wie man die Luft aus deren Reifen lässt. Im Süden Brandenburgs hat die Polizei in einem Auto ein totes Kind entdeckt. Auch die Mutter des sechsjährigen Jungen befand sich demnach in dem Fahrzeug. Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In einem Auto in Mittenwalde hat die Polizei in der Nacht zum Montag ein totes Kind entdeckt. Ersten Erkenntnisse der Polizei zufolge wurde auch die Mutter des Kindes in dem Auto gefunden. Sie lebe und werde medizinisch betreut. Das Kind war laut Polizeiangaben zufolge sechs Jahre alt, die Mutter 40. Der Pkw wurde von den Einsatzkräften erst kurz vor zwei Uhr in der Früh entdeckt. Wieso das Auto dort stand, ist noch völlig unklar. Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren am frühen Montagmorgen vor Ort. Der Einsatzbereich wurde weiträumig gesperrt. Neben Rettungskräften waren auch Ermittler der Kriminaltechnik vor Ort. Die Ermittlungen laufen. Erneut den richtigen Riecher hatte der Kärntner Polizeidiensthund Kupido. Diesmal fand er zwei Kanne Drogen. Dafür hat er einer 84-Jährigen im Bezirksspital an der Trau das Leben gerettet. Erneut den richtigen Riecher hatte Kupido, der Polizeihund aus Kärnten. Die 84-jährige demenzkranke Frau war am Sonntag gegen 19 Uhr aus einer Pflegeeinrichtung im Bezirksspital an der Trau abgängig. Deswegen hat die Polizei im Nahbereich nach der Abgängigen gesucht. Letztendlich führte Diensthund Kupido seinen Hundeführer Mario Trommel auf die richtige Spur. Der belgische Schäferrüde konnte die Abgängige gegen 21.15 Uhr in einem hinter der Pflegeeinrichtung gelegenen Feld, versteckt hinter einem Holzstapel, auffinden. Die Frau war unverletzt, aber leicht unterkühlt. Bei diesen Minusgraden hätte sie erfrieren können, wenn man sie nicht gefunden hätte, betonte die Polizei. Die Pensionistin wurde dem Pflegepersonal übergeben. Der Polizeihund war übrigens schon öfter erfolgreich. Im Dezember 2023 hat Kupido in der Wohnung eines 51-jährigen Verdächtigen im Bezirksspital an der Trau unter anderem hunderte Gramm Cannabis und Kokain erschnüffelt. Im Juni 2022 erschnüffelte er Drogen im Auto von Jugendlichen. Mit Stichtag heute, dem 15. Januar, werden zahlreiche E-Cats gesperrt. Seit 2022 ist nämlich ein Passfoto auf den E-Cats verpflichtend. Ja, für rund 85.000 Betroffene wird diese Regelung nun zum Problem, denn die Frist, die ist abgelaufen. Doch einige Personen sind von dieser Regelung ausgeschlossen. E-Cats ohne Foto werden ab 15. Jänner 2024 gesperrt. Die Sperre der E-Cat betrifft jene, die zwar in Österreich versichert sind, beziehungsweise im Vorjahr versichert waren, bei denen bis Ende des Jahres aber kein Foto in den Beständen der Pass- oder Führerscheinbehörden oder des Fremdenregisters für die Ausstellung einer E-Cat mit Foto vorhanden ist. Ausgenommen von der Fotopflicht sind Kinder unter 14 Jahren. Personen ab 70 Jahren, beziehungsweise in den Pflegestufen 4 bis 7 sind ebenfalls nicht von der Sperre bedroht. Diese Personen erhalten ihre neue E-Cat kurz bevor das Ablaufdatum auf der Rückseite der aktuellen E-Cat erreicht ist. Auch wenn dieses nach 31.12.2023 liegt, heißt es auf der Homepage. Fällt man nicht in diese Gruppe und reicht man nicht selbst ein Foto nach, wird die E-Cat mit 15. Jänner 2024 gesperrt. Die Inanspruchnahme von Leistungen sei jedoch auch nach dem 15. Jänner möglich, betonte das Gesundheitsministerium. Die erste Versammlung der Gläubiger, der wichtigsten und nun insolventen Signer-Unternehmen war mit Spannung erwartet worden. Aus Sicht der Signer-Verwalter sei die Finanzierung gesichert. Das sehen die Kreditschützer aber anders. Vor Weihnachten hatte der neue Signer-Vorstand Erhard Grosnick mit einem Bettelbrief an Investoren auf sich aufmerksam gemacht. Die wichtigsten Konzerngesellschaften namens Signer Prime Selection AG und Signer Development Selection AG benötigten aus seiner Sicht schnell 350 Millionen Euro, um ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung zu sichern und Notverkäufe zu vermeiden. Die Geldgeber mögen sich also bitte deklarieren, Frist 15. Jänner 2024. Noch vor dem Start der Gläubigerversammlung am Montag, dem 15. Jänner, wandte sich der 77-jährige Grosnick erneut an die Investoren. In dem Schreiben schwingt bereits ein gewisses Maß an Verzweiflung mit. Es sei ihm zwar von allen Investoren zugesagt worden, dass Übereinstimmung herrscht, dass schnelles Geld den Vermögensverfall verhindert, doch allerorts lautete die Botschaft, dass der Name Signer auf keine Tagesordnung passt und gutes Geld schlechten alten Geld nachzuwerfen eben auch ein schwieriger Spagat sei. Heißt so viel wie, Grosnick, der als enger Vertrauter von Signer Investor Hans-Peter Haselsteiner und Benko-Berater Alfred Gusenbauer gilt, hat sein Ziel vorerst verfehlt. Offenbar wollen die meisten Geldgeber keine weiteren Millionen in das undurchsichtige Firmengeflecht pumpen. Die neue Grosnick-Frist läuft nun bis Dienstag, den 16. Jänner. Da er, also Grosnick, für die Development Selection AG eine Finanzierungshilfe in Aussicht habe, konzentriert sich seine Bitte auf die Signer Prime Selection AG, so der Vorstand. Da wir einige Verkäufe von Immobilien in Aussicht haben, reduziert sich unser unmittelbarer Geldbedarf auf 150 Millionen Euro. Allerdings ist der Zeitdruck doch sehr groß, erklärte der Vorstand. In Berlin haben tausende Bauern gegen die geplanten Sparmaßnahmen in der Bundesregierung im Landwirtschaftssektor demonstriert. Finanzminister Lindner hielt eine Ansprache und hat es schwer, sich Gehör zu verschaffen. Zum Abschluss der Bauernprotestwoche haben sich rund ums Brandenburger Tor in Berlin am Montagvormittag tausende Landwirte, Handwerker und Spediteure für eine Großkundgebung versammelt. Traktoren, Lastwagen und andere Fahrzeuge standen am Morgen in mehreren Reihen dicht hintereinander auf der Straße des 17. Juni sowie der Straße unter den Linden. Die Polizei sprach zunächst von 3.000 Fahrzeugen. Zahlreiche Teilnehmer waren noch auf der Anfahrt. Insgesamt seien etwa 5.000 Fahrzeuge in der Stadt auf dem Weg zu der Kundgebung. Die Polizei rechnet mit deutlich mehr als den angemeldeten 10.000 Demonstranten hieß es. Der Platz des 18. März auf der Westseite des Brandenburger Tores sowie die angrenzende Straßenkreuzung war voll mit Menschen. Zu der Großdemonstration hatten Bauernverbände und der Bundesverband Güterkraftwerk Logistik und Entsorgung aufgerufen. Rund 5.000 Traktoren und Landmaschinen aus dem gesamten Bundesgebiet dürften sich bei der Kundgebung versammeln. Die Demonstration wird von 1.300 Polizisten begleitet. Vor allem zur Begleitung der Fahrten der Traktoren und Lastwagen in das Regierungsviertel sei die Polizei nötig. Überall in der Stadt muss wegen des Protests mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Am Mittag wollen die Landwirte gemeinsam gegen das von der Bundesregierung geplante Aus von Dieselsubventionen demonstrieren. Wer bei den heutigen republikanischen Vorwahlen in Iowa teilnehmen will, muss hart im Nehmen sein. Der Weg dorthin ist gekennzeichnet von arktischer Kälte und Eisklätte. Zittern müssen vor allem die Herausforderer Trumps. Ein Wintersturm hatte den Wahlkampf am Wochenende beeinträchtigt. Mehrere Wahlkampfauftritte wurden abgesagt. Der Wetterdienst warnte auch für Montag vor lebensbedrohlicher Kälte von bis zu minus 28 Grad. Das könnte sich auf die Wahlbeteiligung auswirken. Beobachter gehen davon aus, dass eine niedrige Beteiligung vor allem Favorit-Trump schaden würde. Zieht euch morgen warm an, forderte Trump seine Anhänger bei einem Wahlkampfauftritt am Sonntag in Indianola auf. Trotzt dem Wetter und geht nach draußen, um Amerika zu retten. Spannend wird die Frage, wie hoch Trumps Sieg bei den Wahlen am Montagabend ausfallen wird. Ex-UNO-Botschafterin Nikki Haley könnte Floridas Gouverneur Ron DeSantis überholen. Trump bekam im Endspurt auch Gegenwind von Klimaaktivisten. Sie störten am Sonntag seine Wahlkampfveranstaltung in Indianola. Die Demonstranten riefen, Trump Klimaverbrecher. Eine junge Frau hielt einen Banner mit denselben Worten hoch. Trump-Anhänger im Saal reagierten mit lauten USA-Rufen. Als die Klimaaktivisten abgeführt wurden, sagte Trump zu einer Aktivistin, sie sei jung und unreif. Geheim zu Mami, konnte er sich als Abschlusswort nicht verkneifen. Sie kämpfen gegen Öl, sagte Trump. Sie sagen im Grunde, lasst uns unser Land stilllegen. Trump zieht seit langem den wissenschaftlichen Konsens zur Rolle des Menschen beim Klimawandel in Zweifel. Eines seiner ersten Amtshandlungen als Präsident war der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Die USA sind mit Abstand der größte Produzent von Öl und Gas. Einer Umfrage der Regionalzeitung, der Moine Register und anderen Medien zufolge liegt Trump bei 48 Prozent und damit weit vor seinen Konkurrenten eine andere Umfrage, sah Trump bei 55 Prozent. Auf dem zweiten Platz landet die als etwas moderater geltende Haley mit 20 Prozent. Das sind vier Prozentpunkte mehr als noch im Dezember. Auf dem dritten Platz ist De Santis mit 16 Prozent abgerutscht. Er galt einst als größter Konkurrenz Trumps im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Doch in den vergangenen Monaten verlor er an Unterstützung und blieb bei TV-Duellen auffällig blass. Viele Menschen kennen in den dunklen Wintermonaten das Gefühl vor Niedergeschlagenheit und dauerhafter Müdigkeit. Heute, am Blue Monday, soll laut Berechnungen sogar der traurigste Tag des Jahres sein. Aber stimmt das wirklich und wie kommt man gegen diesen Winterblues an? Der 15. Januar 2024 ist der angeblich traurigste Tag des Jahres, der sogenannte Blue Monday. Das hat der britische Psychologe Cliff Arnold mit einer Formel berechnet, die für Europa gilt. Doch warum ist die Stimmung an diesem Tag auf dem Tiefpunkt? Laut Arnold hängt das von folgenden Faktoren ab. Das Wetter ist schlecht. Viele Rechnungen müssen gezahlt werden. Das erste Gehalt des Jahres lässt auf sich warten. Weihnachten ist vorbei. Die ersten Vorsätze im neuen Jahr wurden schon wieder gebrochen. Und die Motivation ist auf dem Tiefpunkt. Allerdings fühlt sich Arnold mit seiner Formel mittlerweile falsch verstanden. Es sei nicht seine Absicht gewesen, den speziellen Tag im Januar mit seinen Berechnungen noch bedrückender zu machen, sagte er 2018 in einem Interview mit der britischen Zeitung The Independent. Stattdessen ermittelte er den Blue Monday, um die Menschen zu ermutigen, positiv in die Zukunft zu schauen und ihnen Möglichkeiten zur Veränderung aufzuzeigen. Seine Tipps, um diesen Tag zu überstehen und den Januar für Veränderungen zu nutzen, lauten Verbringen Sie Zeit mit den Menschen, die Sie lieben. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Job oder starten Sie eine neue Karriere. Suchen Sie sich ein neues Hobby oder starten Sie ganz einfach ein neues Abenteuer. Wissenschaftlich bewiesen ist allerdings nicht, dass der Blue Monday tatsächlich der traurigste Tag des Jahres ist. Arnold entwickelte die Formel 2005 im Auftrag des Reiseunternehmens Sky Travel, um Reisetrends zu analysieren. Das Phänomen Winterdepression gibt es dagegen tatsächlich. Die Betroffenen leiden unter Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Melancholie. Schuld daran ist vor allem die fehlende Sonne. Helfen können unter anderem Spaziergänge an der frischen Luft. Und die können am Blue Monday sicherlich auch nicht schaden. Ja, wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf das Wetter. Morgen am Dienstag scheint überwiegend die Sonne. Auch im Westen wird es zunehmend sonnig. Die Temperaturen, die erreichen meist minus 4 bis plus 3 Grad. Im Osten und Südosten auch bis zu plus 5 Grad. Am Mittwoch mild und unbeständig. Die Temperaturen steigen auf minus 2 bis plus 10 Grad sogar. In 2000 Meter Höhe bekommt es zwischen minus 3 Grad in den Linzer Dolomiten und plus 5 Grad am Hochkönig. Ja, am Donnerstag ziehen zwei Fronten durch. Zunächst regnet es verbreitet. Auch gefrierender Regen kann mit dabei sein. Schnee fällt erst oberhalb von 1300 bis 1900 Meter Höhe. Ja, und am Freitag deutliche Abkühlung wieder. Erst viele Wolken und südlich der Donau Schneefall. Das waren sie, die Kronen News am heutigen Montag. Weiter geht es jetzt mit dem Programm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.